Im Spiel Wolfhus und Frank Buschmann sind auch heute wieder mal ihre Kommentatoren. Wir sind heute zu Gast in den Champions Playoffs. Die Kickers gegen die Lions. Nach der Niederlage zuletzt wollen sie heute die Wände schaffen, wollen zeigen, dass sie mehr drauf haben. Wir schauen mal, ob ihnen das noch gelingen wird. Dembélé. Gut verteidigt. Das ist die Aufstellung der Kickers. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Eda Militao spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Kein Tor. Eda Militao. Eda Militao. war es fast schwerer den nicht zu machen absolut leeres tor müssen sie machen wissen sie auch selbst der pass war ein bisschen und präzise einwurf und nun sterling in dieser partie hier so kann es weitergehen carlos täves sehr gutes technik das war wichtig das könnte die chance werden trend alexander arnold kein guter pass weg ist der ball noch nicht vorbei jetzt hat er den ball der wird wohl letztlich doch beim keeper land holt sich den ball jetzt sie bekommen den einwurf kreuz guter pass da kommt die flanke tor und damit sind sie hier wieder vorne 2 1 hier ist noch alles drin wichtig von percy vielversprechender vorstoß ja jetzt haben sie den ball dann doch verloren gar nicht jetzt wurde die abwehr irgendwie aus hebe jetzt direkte ausgleich alles wieder offen da ist der ballverlust der lions und das war alles Das war ein guter Kopfball. Die Chance zur Führung. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das Ball ist gut zugemacht. Ja, viel Einsatz. Keulz. Wird der Abstoß geben. Dembélé. Angriff über Dembélé. Nee, nee, Ballverlust. Jona, eine Riese. Röde gerade am Ball. Jetzt kann es eng werden. Ball gewinnen. Das ist das frühe Stürm. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer zwei am heutigen Tage. Er zeigt, wie ein torgefährlicher ist. Klasse, wie er das macht. Hohnt sich den Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Ball jetzt Carlos Thérys. Zieht diesen Ball zurück. Rodrigo. Das könnte es sein. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr draus machen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Die Fans wollen den Abschluss. Keulz. Wir hörens. Wir hörens. Post Pfiff. Gleich geht es. Gleich geht es. Anstoß zum zweiten Spielaufschnitt. Im Moment haben die Lions hier eine knappe Führung. Was heißt sie für die Werbung? Mal wer denn? Die Schwester. Wir hörens. Mal wer denn? Das ist abseits. Ousmane Dembélé ist das. Carlos Davis. Supervolley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Sie holen sich den Ballbesitz. Der Ballverlust von Eda Militao. Klasse Timing hier. Ob er sich schlimmer verletzt hat, das wirkt zumindest so. Das ist Alejandro Gamacho. Ball jetzt bei den Lions. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Martin Oedegaard. Van Persie. Geht gut nach innen. Eine St... Acker-Parade. Die Lions bekommen die Ecke. Ball in den Rückraum. Van Persie sucht die Lücke. Stark gearbeitet. Das ist Marcus Rashford. Heute ist das. Gute Flanke. Situation geklärt von Van Dijk. Carlos Tavis mit dem Wandel. Vielleicht der Ausgleich. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. zwei. Rushford. Yonane Rize. Letizier. Sie haben die Chance. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit zwei. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Das ist die Chance. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. 4-3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Jonane Riese. Jonane Riese. Diesen Pass holen sie sich. Der geht dazwischen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Die Kickers kommen. Aber das stellt sich doch vor keine großen Probleme. Ist es das jetzt? Ja, er hatte Ball. Im eigenen 16er. Ödegas. Sie bieten sich an. Rodri. Der Ballverlust jetzt von Rodri. Gutes Dribbling jetzt. Aber er muss aufpassen. Ist das hier die Entscheidung? Er trifft. Und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Hube. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt ist er durch. Geht da noch was, sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Könnte der Ausgleich sein. So, leichtes Durchatmen hier an diesem Zweikampf. Das sieht vielversprechender aus. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Patri Icaro. Jetzt können sie es machen. Ball kommt aufs leere Tor. Er macht ihn ein. Da war alles offen. Da haben sie ihn gerade zu. Und damit...